Das ist jetzt noch mal. Jetzt ist es! Let's go! Grüß dich an, als ob er wieder ein Tussleitstirb. Willkommen in Rapture, dem am schnellsten wachsenden Schrottrufen der Welt. Nein! Eine Little Sister. Das ist die Gelegenheit, für dich an etwas Adam zu kommen. Und ich. Einmal das Weckere Adam. Halte dich von ihr fern, oder du bekommst die nächste Kugel ab. Ganz ruhig, Doktor. Er ist nur auf der Suche nach etwas Adam. Nur genug, um durchzuhalten. Ich lasse nicht zu, dass er meinen Kleinen etwas abtut. Ist schon in Ordnung, Pumpe. Das ist kein Kind, zumindest jetzt nicht mehr. Doktor Tenenbaum hat dafür gesorgt. Bitte, tu ihr nicht weh. Hast du kein Herz. Tja, nette Predigt von dem skrupellösen Monster, das diese Kreaturen überhaupt erst erschaffen hat. Sie haben diese kleinen Mädchen doch in das verwandelt, was sie sind, oder hätte er nicht. Dann gut zu, mein Junge. Ohne das Adam, das diese, diese Dinger bei sich tragen, wirst du es nicht schaffen. Du musst dich entscheiden. Ihr soll überleben. Du, meine Frau und mein Kind. Oder diese Mini-Frankesteins von Tenenbaum. Hier. Es gibt noch einen anderen Weg. Nimm das hier. Und befreie sie von ihrer Qual. Vertrau mir. Ich sorge dafür, dass es sich auch für dich lohnt. Irgendwie. Nein! 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 Denken! Der Weg der Gerechten ist nicht immer der Einfachste, verstehst du? Aber du wirst den Lohn dafür erhalten. Abgeh du. Zeit für seine Betriebe. Tenenbaum hält dich zum Nahrung. Diese Dinger sehen zwar aus wie kleine Mädchen, aber das ist auch schon alles. Um zu überleben, brauchst du so viel Erde, wie du kriegen kannst. Wenn du wieder mal auf so einen Gatherers-Garten-Automat stößt, nimm auf jeden Fall wieder ein oder zweifach Miede weg. Aber natürlich nur, wenn der Preis für dich zu hoch ist. Nimm das schon. Warum suchst du, dass mich abdrehen? Unsere Lungen sind übernommen. words piorer. you Jä fisherman Musik Also Untertitelung des ZDF, 2020 Die 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 ZDF, 2020